Heute erwarten euch endlich mal wieder 10 gruselige und unheimliche Fakten. Hallo zusammen! Wie manche von euch wahrscheinlich schon wissen, kommt dieses Faktenformat ja eigentlich von meiner Instagram, Facebook und Twitter Seite. Aber wie immer will ich den YouTube-Leuten die Fakten nicht vorenthalten? Ich wünsche euch hiermit eine gute Unterhaltung. Nummer 1. Der chinesische Dichter Li Bai soll 762 sehr skurril gestorben sein. Er liebte die Schönheit des Mondes. Als er dann eines Nachts betrunken war, versuchte er das Spiegelbild des Mondes in einem Fluss zum Armen und dabei ertrank er. Nummer 2. Das Smile Mask Syndrome beschreibt eine psychische und körperliche Störung, weil die Betroffenen zu lange unnatürlich und gezwungen gelächelt haben. Die Krankheit kommt meist in Asien vor. Nummer 3. Wenn Menschen Angst haben, entsteht im Schweiß eine chemische Reaktion. Wird dann dieser entstehende Geruch von anderen gerochen, bekommen sie ebenso Angst bzw. werden sie noch ängstlicher. Nummer 4. Tom und Elaine Longoran waren ein amerikanisches Paar mitten auf einer Weltreise. Ihre letzte Station tauchen im wunderschönen Australien. Mitten auf offener See wurden die beiden irrtümlich zurückgelassen. Kein Crewmitglied oder andere Taucher hatten bemerkt, dass die beiden Personen fehlen. Trotz etlichen Suchaktionen wurden ihre Körper bis heute nicht gefunden. Nummer 5. Albert Pierrepont war zwischen 1932 und 1956 Henker in Großbritannien. Er richtete besonders ab 1945 Kriegsverbrecher aus Österreich und Deutschland hin. Obwohl er etwa 450 Personen hinrichtete, hatte er überhaupt keine negativen psychologischen Folgen. Nach seinem Rücktritt als Henker eröffnete er glücklich und lebensfroh sein eigenes Pub. Nummer 6. Die psychische Krankheit Thermazon-Wahn lässt Betroffene glauben, dass sich Insekten und Würmer unter der Haut befinden. Sie können die Bewegungen spüren und sogar die Tiere unter der Haut krabbeln sehen. Neben Kratzen und Angstzuständen gehen manche Betroffene sogar so weit, dass sie ihre Haut aufschneiden und abziehen, um die eigentlich nicht vorhandenen Insekten entfernen zu können. Nummer 7. Ein Mann in Argentinien wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Neben ihm fand die Polizei eine Vogelscheuche, mit der er scheinbar Sex hatte. Die Vogelscheuche war mit Lippenstift verziert, trug eine langhaarige Perücke und hatte einen künstlichen Penis. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Nummer 8. Vier Männer wurden beim Angeln mitten am See auf einmal von einem mysteriösen grünen Licht umhüllt. Als sie versuchten, so schnell es geht wieder an Land zu kommen, schoss diese seltsame grüne Kugel plötzlich davon. Zurück bei ihrem Lager bemerkten sie, dass mehrere Stunden vergangen sein müssen, obwohl sie erst ganz kurz angeln waren. Alle von ihnen hatten Gedächtnislücken und später denselben Albtraum. In dem Albtraum wurden sie von Insektenähnlichen Wesen operiert und Experimente wurden an ihnen durchgeführt. Alle hatten zur selben Zeit diesen Albtraum, wodurch sie fest Überzeugung sind, zusammen mit dem grünen Licht und dem Zeitsprung, dass es eigentlich kein Albtraum war, sondern echt. Nummer 9. 91 Prozent der Männer und 84 Prozent der Frauen hatten laut eigenen Angaben bereits Mordfantasien. Seid ehrlich, hattet ihr auch schon mal irgendwelche Mordfantasien? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Und die Nummer 10. In dem über 7000 Jahre alten Dorf Herxheim in Rheinland-Pfalz stießen Forscher auf ein Massengrab mit den menschlichen Überresten von über 500 Menschen. Auf allen Knochen fand man Bissspuren sowie Hinweise, dass die Menschen aufgespießt und gebraten wurden. Es gab damals also ein Kannibalendorf mitten in Deutschland. Welcher gruselige Fakt hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt's gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt darauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao!